Januar 2021, Dover. Zollkontrollen an der Grenze zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Erstmals seit 28 Jahren. Ein Handelsabkommen in letzter Minute hat das totale Chaos an den Grenzen zunächst verhindert. Trotzdem, dies ist ein harter Brexit. Viel härter als das, was 2016 den Briten versprochen wurde. Während des Referendums war von einem harten Brexit keine Rede. Dieser Brexit, da sind sich Experten einig, wird erheblichen wirtschaftlichen Schaden für beide Seiten mit sich bringen. Selbst die Regierung in London rechnet mit einem deutlichen Schrumpfen der britischen Wirtschaft. Wie ist es dazu gekommen? Mehr und mehr wird klar, hinter dem harten Brexit steckt ein gut geplanter Coup. Beim Brexit ging es um unsere Grenzen, um unsere Fischerei. Diese Idee wurde gekapert. Welche Absichten stehen also hinter dem harten Brexit? Und wer profitiert davon? Der ideologische Antrieb ist eine von Steuern und Vorschriften befreite Wirtschaft. Aber das ist nicht das, was die Leute wollen, die für den Brexit gestimmt haben. Dieser Film erzählt, wie die EU-Skepsis der Briten von einer kleinen Gruppe benutzt und missbraucht wurde. Wir beginnen unsere Suche nach Antworten in Glasgow. Der investigative Journalist Peter Gaggen recherchiert seit Jahren, wie käuflich Politik ist. Den Brexit-Prozess hat er besonders intensiv beobachtet. Das Brexit-Referendum und seine Folgen zeigen, dass der Missbrauch des Wahlrechts, gezielt eingesetztes Geld und anonyme Spenden eine politische Landschaft radikal verändern können. Und wie genau funktioniert das? Großbritannien ist ähnlich wie Amerika, was Politik und Geld angeht. Mit einem großen Unterschied. In Amerika kostet es Millionen von Dollar, die Politik zu beeinflussen. In Großbritannien nur einen Bruchteil davon. Ein paar tausend Pfund haben einen viel größeren Einfluss, als sich die meisten Leute vorstellen können. So ging es los. 2016 warben die EU-Skeptiker mit Boris Johnson und Nigel Farage an der Spitze für einen Brexit mit großen Versprechungen für die einfachen Leute. Wenn wir für den Brexit stimmen, können wir die Kontrolle zurückerlangen. Ihre Hauptthemen? Mehr Geld für das Gesundheitssystem, weniger Einwanderung und mehr Fisch. Die Fischbestände sind in unseren Gewässern. Mit dem Brexit retten wir diese Industrie. Das alles klingt volksnah. Doch investigative Recherchen haben in der Zwischenzeit gezeigt, dass die Leave-Kampagnen mit über 18,3 Millionen Pfund von schwerreichen Großspendern finanziert wurden. Großbritannien hat für den Austritt aus der EU gestimmt. Der Ausgang des Referendums war denkbar knapp. 52 Prozent stimmten für die Trennung. Die Sonne ist über einem unabhängigen Vereinigten Königreich aufgegangen. Und sogar das Wetter ist besser. Aber für viele der reichen Unterstützer des Brexits ist das Votum nicht das Ende ihrer Kampagne, sondern der Beginn. Ab jetzt kämpfen sie erbittert darum, Großbritanniens EU-Austritt nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Um das Referendum zu gewinnen, brauchten sie die Stimmen der Arbeiter. Leute, die wütend auf das System waren. Aber für ein Post-Brexit-Großbritannien wurden sie nicht mehr gebraucht. Die neue Premierministerin Theresa May ist zuversichtlich, dass ihre Regierung den Volkswillen erfolgreich umsetzen kann. Brexit heißt Brexit und wir werden einen Erfolg daraus machen. Lange bleibt diese Ankündigung ziemlich vage. Doch irgendwann muss eine konkrete Definition gefunden werden. David Gauke, ein Minister des damaligen Kabinetts von Theresa May, hat sich bereit erklärt, uns zu erzählen, was sich hinter verschlossenen Türen abgespielt hat. Ich war einer der etwa 20 Minister, die mit am Tisch saßen und darüber berieten, wie wir den Brexit auf die bestmögliche Weise umsetzen könnten. Es gab zwei unvereinbare Ziele. Das eine war der Versuch, einen guten Zugang zu den europäischen Märkten aufrecht zu erhalten, das andere der Wunsch, völlig ungehindert von der Europäischen Union eigene Gesetze erlassen zu können. Im Sommer 2018 ruft May ihr Kabinett zu einem Krisengipfel auf ihrem Landsitz Chekis zusammen. Es sollte der Schauplatz der ersten Scharmützel einer erbitterten, innerparteilichen Schlacht werden. Ich erinnere mich an einen brütend heißen Tag, wir alle kamen morgens dort an. Für Mays damaligen Außenminister Boris Johnson ist dies die letzte Kabinettssitzung, bevor er sich offen gegen seine Parteichefin stellt. Das war das entscheidende Treffen. Die Medien hatten viel darüber spekuliert, ob es Streit und Spaltung geben wird. Bei dem Treffen schlägt Theresa May ihrem Kabinett eine Kompromisslösung vor. Ihr Brexit-Plan würde die unbegrenzte Einwanderung aus der EU stoppen und damit das populärste Versprechen der Austrittskampagne einlösen. Aber sie will auch enge Handelsbeziehungen mit der EU behalten. Das bedeutet, sich weitestgehend an EU-Regeln zu halten. In ausführlichen Gesprächen hat das Kabinett heute eine gemeinsame Position für unsere Verhandlungen mit der EU vereinbart. Ich denke, das wird positiv aufgenommen. Endlich liegt ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch. Der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments ist erleichtert. Die Hauptbotschaft der britischen Seite war, wir wollen ein vernünftiges Abkommen. Nicht nur beim Handel, sondern auch in anderen Bereichen. Es gab eine sehr konstruktive Atmosphäre zu Beginn dieser Verhandlungen unter Theresa May. Doch in ihrer Partei löst Mays Vorschlag eine Rebellion aus. Für die Hardliner unter den Tories ist jede Anbindung an EU-Vorschriften ein Verrat am Brexit. Wir werden zu Basalen. Wir werden de facto eine Kolonie sein. Ein geordneter Austritt. Das ist, was die Unternehmen und Bürger dieses Landes wollen. Die Hardliner werfen May vor, vor der EU zu kapitulieren. Innerhalb der konservativen Partei gab es die European Research Group, die sich aus überzeugten Brexit-Verfechtern zusammensetzte. Gewissermaßen eine Partei innerhalb der Partei. Als die Verhandlungen mit der EU voranschritten, sagten sie einfach, wir machen da nicht mit. Stattdessen fordern die Rebellen einen harten Brexit. Einen kompletten Bruch mit EU-Regeln. Um jeden Preis. Warum ihnen das so wichtig ist, hat die Wirtschaftswissenschaftlerin Frances Coppola erforscht. Die sogenannte European Research Group war weder europäisch noch Betriebsi-Forschung. Sie bestand aus sehr rechten Pro-Brexit-Tories, die Großbritannien als freien Markt sahen. Als freibeuterisches Großbritannien, das um die Welt zieht und mit allen Handelsabkommen abschließt. Eine Art Singapur an der Themse. Sehr attraktiv für Unternehmen. Singapur an der Themse, was bedeutet das? Singapur an der Themse heißt, dass wir die Offshore-Steueroase der EU sein können. Eine Insel, vor der Küste der EU, die sie in Sachen Steuern unterbieten kann. Und ähnlich funktioniert wie Singapur und Hongkong im fernen Osten. Eine Art Zentrum für deregulierte Finanzgeschäfte. Zu den Schlüsselfiguren der European Research Group gehört Jacob Rees-Mock, ein vermögender Aristokrat und Investmentbanker. Und Steve Baker, ein radikaler Wirtschaftsliberaler mit engen Beziehungen zur Rüstungsindustrie. Diese Radikalisierung einiger Brexit-Befürworter war völlig gegen die Position, die im Referendum vertreten wurde. Denn da hieß es, nein, habt keine Angst, es wird niemals einen Hart-Brexit geben. Die Idee des harten Brexits kam erst danach. Und dann wurde der radikale Flügel der Tories immer radikaler. Das allgemein bekannteste Gesicht der Hardliner ist Boris Johnson. Auf dem Parteitag der Konservativen macht er keinen Hehl daraus, dass er Absichten hat, Mace Posten zu übernehmen. Dies ist der Moment, um Checkers zu kippen. Aber abgesehen von seinen persönlichen Zielen, wessen Interessen vertritt Johnson mit seiner Brexit-Agenda? Noch nie hat jemand in der britischen Politik so viel Geld gesammelt wie Boris Johnson. Es war so nicht überraschend, dass Boris Johnson über Deregulierung sprach und Positionen einnahm, die seine Spender befürworteten. Es macht mich zutiefst wütend, dass die Regierung über eine solche Vereinbarung auch nur nachdenkt. Recherchen zeigen, Johnson erhält große Spenden von Geschäftsleuten, die eine Lockerung von Gesetzen nach einem harten Brexit wollen. Einer seiner wichtigsten Geldgeber ist der britische Baumaschinenhersteller JCB. Dieses großartige Unternehmen müsste jede noch so seltsame Vorgabe aus Brüssel akzeptieren. Kommt Ihnen das wie ein guter Deal vor? Ich glaube nicht. Der Besitzer von JCB, Lord Bamford, ist Milliardär und Mitglied des britischen Oberhauses. Ich bin Geschäftsmann und britische Unternehmen können sicherlich Großbritannien zu einer weltweit führenden Kraft im Freihandel machen. Er erhofft sich ein besseres Geschäftsumfeld nach dem Brexit. Die Anteile an seiner Baumaschinenfirma legt er derweil in einer Steueroase in der Karibik an. Auf unsere Nachfrage antwortet JCB, dass das Unternehmen und Lord Bamford nie ein Geheimnis aus ihren politischen Spenden gemacht haben. Wie wird aus einem Referendum, das mit volksnahen Versprechen gewonnen wurde, eine Kampagne für eine marktradikale Wirtschaftsagenda? Die Journalistin Sonja Soda hat den Aufstieg der Hard-Brexit-Fraktion verfolgt. Der Antrieb ist ganz klar ideologisch. In der Geschichte Großbritanniens war die EU immer eine treibende Kraft bei der Verbesserung von Sozial- und Arbeitsrichtlinien. Konservative schauen sich das an und denken, schrecklich, wir wollen nicht, dass Arbeiter solche Rechte haben. Wir wollen keine Standards, die Lebensmittel sicher machen. Wir sind an Profit interessiert. Die politischen Führer des Brexit sind keine Männer und Frauen des Volkes. Sie haben elitäre Universitäten besucht. Und wenn sie für den Brexit sind, dann nicht aus Sorge um die Menschen, die für den Brexit gestimmt haben. Die Idee des Brexit war vor allem, lasst uns die Kontrolle über unsere Grenzen zurückgewinnen. Die Kontrolle über unsere Fischerei, die Kontrolle über unsere Industrie, unser Staat, unser Volk. Das war in den Köpfen vieler das Konzept des Brexit. Aber das wurde von Leuten gekapert, die sagten, der Weg zum Wohlstand ist, alle Hemmnisse zu beseitigen, Steuern zu senken und mit allen Geschäfte zu machen. Und die EU hält uns davon ab. Als Theresa May ihren Brexit-Vorschlag dem Parlament zur Abstimmung vorlegt, wird er rundweg abgelehnt. Ja-Stimmen, 202. Nein-Stimmen, 432. Aber was treibt die Tory-Abgeordneten dazu, sich so offen gegen ihre eigene Parteichefin zu stellen? EU-freundliche, konservative Abgeordnete sagten, unsere Wähler melden sich bei uns und wollen einen Hard Brexit. Das hat viele schwankende Abgeordnete zum Nachdenken gebracht. Aber tatsächlich war das, was wie Volkszorn über das Scheitern des EU-Austritts aussah, in Wirklichkeit fake. Es war vermeintlicher Volkszorn. Auf Facebook erschienen jede Menge Anzeigen, die sich vor allem an Wähler der konservativen Pro-EU-Abgeordneten richteten und sie aufforderten, einen harten Brexit zu unterstützen. Das überschwemmte wiederum die E-Mail-Konten der Abgeordneten. Diese Anzeigen wurden von sehr reichen Spendern bezahlt, um gezielt die Hard Brexit-Agenda voranzutreiben. Man beeinflusst also die Debatte. Man schaltet Anzeigen, um die Meinung der Parlamentarier zu manipulieren. Man übt Druck auf sie aus mit verdeckter Finanzierung. Das einzig Sichtbare sind diese Nachrichten. Investigative Recherchen ergeben, dass diese Anzeigen im Wert von einer Million Pfund von CTF Partners geschaltet wurden. CTF Partners ist eine Londoner Lobbyfirma, die vor Jahren auch Boris Johnsons Wahlkampf für das Amt des Londoner Bürgermeisters organisiert hat. Was ist jetzt ihre Rolle beim Brexit? CTF Partners reagierte nicht auf unsere Bitte um Stellungnahme. Doch der Kampf tobt nicht nur innerhalb des Parlaments. Auf Großbritanniens Straßen scheint sich jetzt der Volkszorn gegen den Kompromissvorschlag zu richten. Theresa May und unser Parlament sind Verräter. Bei Leave-Means-Leaf-Märschen und Kundgebungen im ganzen Land wird Mays Deal als Verrat am wahren Willen des Volkes verurteilt. Aber war dies wirklich der Zorn des Volkes? Leave-Means-Leaf ist keine Bürgerbewegung. Wir finden heraus, dass Leave-Means-Leaf in Wirklichkeit eine Lobby-Organisation ist, mit riesigen Budgets. Der Hauptsitz ist ein Büro im Londoner Regierungsviertel Westminster. Leave-Means-Leaf ist auf den Namen von Richard Tice registriert. Tice, ein millionenschwerer Immobilieninvestor, agierte bereits 2016 als einer der Hintermänner der Brexit-Kampagne. Er ist einer der reichen Geschäftsleute, die sich viel von einem EU-Austritt erhoffen. Genießt ihr alle den Sonnenschein? Wir wissen, dass die Sonne auf die Gerechten scheint. Richard Tice war während des Referendums eher eine Randfigur. Aber danach wurde Tice mehr und mehr zu einer Hauptperson. Er hat die Leave-Means-Leaf-Bewegung aufgebaut. Er wusste, wie man mit den Medien umgeht. Er verantwortete eine Menge Online-Kampagnen mit der Botschaft, dass man den Politikern nicht trauen kann, den Brexit umzusetzen. Es war sehr populistisch. Die Idee war, dass es diese schreckliche Elite gibt, die Großbritannien regiert und versucht, den Brexit zu vereiteln. Und dass die Massen sehr, sehr wütend darüber sein sollten. Richard Tice, einer der wichtigsten Verfechter des Hard Brexit, stimmt überraschenderweise sofort zu, uns im Büro seines Investmentfonds zu treffen. Wir wollen wissen, was treibt ihn an. Nach dem Checkers-Gipfel wurde uns klar, dass wir verraten wurden. Wir würden immer noch unterwürfige Sklaven der Bürokraten in Brüssel sein. So beginnen Revolutionen. Was ist denn Ihre Vision des Brexits? Eine Wirtschaft mit niedrigen Steuern, wenigen Vorschriften und hohem Wachstum. Allein in meiner Branche haben wir viele zeitaufwendige, sehr teure EU-Vorschriften für die Auftragsvergabe. Das will ich ändern. Dieses Land soll anders regiert werden. Und wir wollen nicht ändern, wie das Land ist und regiert. 17,4 Millionen! Wir wollen die Börsen! Träte uns an das Land! Träte uns an das Land! Richard Tice holte seinen alten Freund Nigel Farage zurück, um das Gesicht der Leave-Means-Leaf zu werden. Der ehemalige Börsenmakler ist in der Lage, die langweiligen Details des EU-Austritts in griffige Slogans von Nationalstolz zu verwandeln. Es geht darum, wer wir als Nation sind. Es geht darum, dass unsere Kinder und Enkelkinder stolz darauf sind, Briten zu sein. Es war wie ein politisches Rockkonzert mit großen Kulissen, Luftballons und Lichtern. Es war großartig. Wir werden unsere Unabhängigkeit zurückbekommen. Unseren Stolz und unsere Selbstachtung. Wir werden siegen! 2016 ging es doch hauptsächlich um Einwanderung und das Gesundheitssystem und nicht um Deregulierung. Das sehe ich überhaupt nicht so. Um es klar zu sagen, zur Wahl stand der EU-Austritt. Und viele der Befürworter wussten, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben würden, vor allem die Geschäftswelt. Natürlich haben die Leute aus verschiedenen Gründen für den Austritt gestimmt. Aber das Hauptthema war die Rückeroberung der Kontrolle. Glauben Sie, dass Sie durch den Brexit reicher werden? Beim Brexit geht es nicht um mich. So habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Aber ich glaube, dass der Brexit Chancen bietet. Und wenn diese Chancen zu höherem Wachstum führen, dann wird jeder, wirklich jeder durch den Brexit besser dran sein. Also wir alle. Die Leute wollen keine Deregulierung. Sie wollen keine geringeren Sozialausgaben. Sie wollen das Gegenteil. Sie wollen höhere Steuern für Wohlhabende. Wollen überhaupt höhere Steuern, mehr Richtlinien, ein soziales Netz. Was aus dem Brexit-Referendum geworden ist, hat wenig Ähnlichkeit mit der populären EU-Skepsis, die das alles überhaupt erst ausgelöst hat. Unter zunehmendem Druck lässt May zum zweiten Mal über ihren Vorschlag abstimmen. Und scheitert erneut. Es gab keine Mehrheit für einen Hard-Brexit und keine für einen Soft-Brexit. Es gab eine blockierende Mehrheit gegen jede Option. Wir steckten einfach fest. Die Hard-Brexit-Bewegung gewinnt an Stärke. Guy Verhofstadt warnt schon früh, dass die Vision eines Singapur an der Themse negative Folgen für die britische Wirtschaft haben wird. Wenn Sie ein Handelsabkommen mit der EU wollen, werden wir als Europäer unsere Interessen verteidigen. Wir sind einverstanden beim Handel, keine Zölle zu erheben. Aber man muss ein Level-Playing-Field akzeptieren. Dieser Begriff taucht in den Verhandlungen immer wieder auf. Er bedeutet, dass es einen fairen Wettbewerb geben muss. Subventionen, Maßnahmen gegen den Klimawandel, Sozialstandards und so weiter. Die britische und die europäische Industrie haben ein Interesse an guten Handelsbeziehungen. Die meisten Experten sagen einen Niedergang der britischen Wirtschaft voraus, falls das Land den direkten Zugang zu den EU-Märkten verliert. Aber die Befürworter eines harten Brexits finden jemanden, der bereit ist, das Gegenteil zu sagen. Bei unseren Recherchen stoßen wir auf einen wenig bekannten Handelsexperten namens Shankar Singham. Schenker sagte, ich habe einen Plan. Und das war wichtig, denn nach dem EU-Austritt sagten alle Ökonomen, das sei schlecht. Und jetzt kommt dieser Typ, der in Oxford studiert und in Amerika gearbeitet hat, und sagt das Gegenteil. Schenker sagte, also wenn ihr dies und das macht, gibt es eine einfache Lösung. Andere wissen viel besser über Wirtschaft Bescheid als er. Aber sie wurden nicht aufs Podest gehoben. Vermutlich, weil die anderen Experten nicht die richtigen Dinge sagten. Shankar Singham wird schnell zum Vordenker der Brexit-Anhänger. Er schreibt einen 150-seitigen Bericht, in dem er behauptet, dass die Abschaffung von EU-Vorschriften zu Arbeitnehmerrechten, Landwirtschaft und Umwelt die britische Wirtschaft ankurbeln würde. Die ultrakonservativen Mitglieder der European Research Group wie Jacob Rees-Mock feiern Singhams sogenannten Plan A-Plus als Alternative zu Mays Checkers-Deal. Aber wer ist Singham? Und wer finanziert seine Berichte? Singham arbeitet für eine Organisation mit dem unverfänglichen Namen Institute of Economic Affairs. Wir finden heraus, dass das IEA eine neoliberale Denkfabrik ist, die unter anderem die Privatisierung des staatlichen Gesundheitssystems sowie eine Deregulierung der Tabakindustrie propagiert und Steueroasen verteidigt. Die Thinktanks hatten großen Einfluss darauf, den harten Brexit machbar und positiv erscheinen zu lassen. Sie haben Themen wie Deregulierung, die in der britischen Politik eigentlich kaum eine Rolle spielten, in den Mainstream gebracht. Das Institute of Economic Affairs macht zu seiner Finanzierung keine Angaben. Wessen Interessen werden hier vertreten? Es gelingt uns, mit einem Insider zu sprechen, der bereit ist, sich dazu zu äußern. Shamir Sunny war bei einem Thinktank angestellt, der mit dem IEA zusammenarbeitet. Er beschloss, darüber zu berichten, wie diese ultrakonservativen Denkfabriken arbeiten. Es geht um ein riesiges Netzwerk von Organisationen, die keine Denkfabriken sind, sondern Lobbygruppen. Bei der letzten Organisation, für die ich gearbeitet habe, kam zum Beispiel ein Geldgeber rein und sagte, ich brauche Hilfe mit meinen Lachsfarmen oder so. Und diese Organisation verfasst dann einen Bericht nach seinen Interessen. Dann werden diese Berichte an Politiker herangetragen und als legitime politische Vorschläge präsentiert. Man sagt, das ist wirklich gut, das Volk will das. Das ist gut für das Land. Aber meist geht es nur um die Interessen der Geldgeber. Was würden Sie tun, wenn Sie ein Unternehmer wären? Wenn Sie 50.000 Pfund haben, geben Sie die einem registrierten Lobbyisten? Das bringt nicht viel. Oder Sie geben das Geld lieber einem Thinktank für einen Bericht. Der wird in die Medien kommen, Ihre Anliegen werden öffentlich diskutiert und Ihr Name taucht nirgendwo auf. Im Sommer 2018 wagt sich ein Journalist von Greenpeace, undercover in das Institute of Economic Affairs, um herauszufinden, wie die Denkfabrik Firmenspendern ermöglicht, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Der Journalist gibt sich als US-Landwirtschaftsinvestor aus, der auf eine Lockerung britischer Lebensmittelstandards nach dem Brexit drängt, um hormonbehandeltes US-Rindfleisch zuzulassen. Ich habe einen Termin mit Mark. Er wird vom Chef des IEA, Mark Liddlewood, zu einem Treffen eingeladen, um zu ergründen, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Sehr erfreut. Schön, Sie kennenzulernen. Liddlewood bietet dem Journalisten an, einen Bericht zu verfassen, um die britische Agrarpolitik nach dem EU-Austritt zu beeinflussen. Wenn wir das vollfinanzieren würden, können Sie dann sicherstellen, dass Sie die Bereiche abdecken, die für uns besonders interessant sind? Ja, sicher. Von mir aus können unsere Geldgeber schon unsere Aussagen inhaltlich beeinflussen. Sie können uns aber nicht genau sagen, zu welchem Ergebnis wir kommen sollen. Klar, nicht unbedingt. Wesentliche Inhalte, okay. Und dass es auffällt. Das werden Sie bekommen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ist das machbar? Dieser Bericht wird nicht sagen, dass wir amerikanisches Rindfleisch von unserem Markt fernhalten müssen, sondern genau das Gegenteil. Es gibt ein riesiges Transparenzproblem, weil all diese Organisationen ihre Geldgeber nicht offenlegen. Die Öffentlichkeit weiß nicht, wer die Politik finanziert, die die Regierungsvertreter umsetzen. Wenn sie Zugang zur Regierung wollen, können sie etwas Geld in diese rechten Thinktanks stecken und dann das ganze Land in Aufruhr versetzen. Das ganze Land fern. Ich habe gerade diesen Bericht des IEA gesehen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Konzept. Es erlaubt uns, die Kontrolle über unsere Gesetze zurückzugewinnen. Was man mit dem Checkersplan nicht kann. Unsere Gesetze würden in Brüssel gemacht werden und dem Vereinigten Königreich aufgezwungen. So etwas hatten wir noch nie. Das ist ein sehr vielversprechender Ausweg. Doch für einen harten Bruch mit der EU gibt es ein ganz anderes großes Hindernis. Eines, das Großbritannien wieder mit seiner blutigen jüngsten Vergangenheit konfrontieren könnte. Bis vor 23 Jahren tobte in Nordirland ein brutaler Bürgerkrieg zwischen denen, die Teil des Vereinigten Königreichs bleiben wollten und denen, die sich der Republik Irland anschließen wollten. Am Karfreitag 1998 wurde ein Friedensabkommen unterschrieben. Es versprach, offene Grenzen ohne Kontrollen zwischen Nord und Süd. Das ist Teil des Friedens in Nordirland. Die Tatsache, dass es keine Grenze mehr gibt. Für uns war es sehr wichtig, dass dieses Karfreitagsabkommen, dass der Frieden in Nordirland gesichert ist. Aber ein harter Brexit würde dieses Versprechen bedrohen. Wenn Großbritannien von EU-Vorschriften abweicht, wären Grenzkontrollen für den Handel nötig. Die Hard-Brexit-Verfechter brauchen eine Lösung, die auch bei einem kompletten Bruch mit der EU funktioniert. Ein weiterer Auftrag für Schenker-Singham. Er wird nach Nordirland geschickt. Wie wir erfahren, im Auftrag von Prosperity UK, einer privaten Firma, die von einem millionenschweren Hedgefondsbesitzer geleitet wird. Am Flughafen wird Schenker-Singham von Stephen Kelly empfangen, dem Vorsitzenden des nordirischen Industrieverbandes. Kelly erzählt uns, wie diese Begegnung mit Schenker-Singham abgelaufen ist. Zunächst zeigt er ihm die seit Jahren unsichtbare Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Die Straße, auf der wir jetzt sind, ist einer der vielen inoffiziellen Grenzübergänge. Es gibt Übergänge auf Äckern, auf Feldwegen, sogar mitten in einem Haus. Wir haben die Grenze bereits überquert. Und gerade eben, als die Straße die Farbe wechselte, wieder. Und jetzt überqueren wir die Grenze noch einmal. Kelly zeigt dem Besucher aus London auch dieses verlassene Zollhaus, den einzigen noch sichtbaren Hinweis auf die Grenze, die einst hier existierte. Die Aufgabe für Schenham? Wie kann man hier Waren ohne Grenzanlagen kontrollieren? Auf dieser Reise ging es ihnen hauptsächlich darum, ob es Technologien gibt, mit denen man einen reibungslosen Handel aufrechterhalten kann. Von Blockchain über Satelliten und Drohnen bis hin zu einem Zeug unter dem Straßenbelag, das mit Barcodes verknüpft wird. Eine ganze Reihe von wilden und verrückten Vorschlägen, die alle an einem Punkt enden. Nichts, nichts wird funktionieren. Hier an diesem Ort sagte ich ihnen, dass ihre Vorschläge diesen Test erfüllen müssen. Sie müssen sicherstellen, dass diese Person in diesem Haus und diese Person in jenem Haus 100 Meter weiter nach dem Brexit genauso weiterleben können, wie sie es vorher getan haben. Ich glaube nicht, dass Schenker das je verstanden hat. Schon eine Woche nach seinem Besuch in Nordirland stellt Singham in London seinen privat finanzierten Bericht vor. Dieser Plan ignoriert die Bedenken seiner nordirischen Gesprächspartner und enthält Vorschläge für Grenzkontrollen. Auf unsere Bitte um Stellungnahme reagiert Singham nicht. In der Vergangenheit betonte er allerdings, dass er es nicht ungewöhnlich findet, wenn eine Denkfabrik sich aktiv in die Politik einmischt. Singhams Bericht hat großen Einfluss auf die Haltung der Konservativen, vor allem auf die European Research Group. Die ERG hat sich nicht wirklich mit diesen praktischen Problemen befasst. Sie hat nicht erkannt, was die Risiken waren. Sie hat alle echten Probleme einfach beiseite gewischt und nicht erkannt, dass es Konsequenzen hat, wenn wir das Problem der irischen Grenze nicht richtig lösen. Die Rebellen gewinnen. Theresa Mays Deal wird beim dritten Versuch endgültig gekippt. Die Augen zur rechts, 286. Die Nose zur links, 344. Die Nose haben es. Die Nose haben es. Damit verzögert sich der EU-Austritt weiter und es entsteht die absurde Situation, dass Großbritannien an der EU-Wahl teilnehmen muss, obwohl es die EU verlassen will. Das gibt den Hardlinern die perfekte Chance für einen letzten Angriff auf Mays Regierung. Nigel Farage und Richard Tice gründen die Brexit-Partei, um an der EU-Wahl teilzunehmen. Die Partei hat nur ein politisches Ziel, den härtestmöglichen Brexit. Unsere Recherchen zeigen, dass die Brexit-Partei, die behauptet, die Leute auf der Straße zu vertreten, alles andere ist als eine Volkspartei. Die Partei ist in Wahrheit eine GmbH, die von Farage und Tice geführt wird. So werden politische Parteien üblicherweise nicht geführt. Normalerweise gilt, ein Mitglied, eine Stimme. Bei der Brexit-Partei waren schon die Formulierungen interessant. Sie sprachen nicht von Mitgliedern, sondern von Unterstützern. Also ging man zu Paypal, gab der Brexit-Partei eine bestimmte Summe und wurde so ein registrierter Unterstützer. Aber es gab keinerlei Mitspracherecht. Die Brexit-Partei ist also ein Unternehmen mit Ihnen und Nigel Farage als Besitzer? Korrekt. Die Dinge entwickelten sich so schnell, dass wir einfach keine Zeit hatten, eine politische Partei im traditionellen Sinne zu gründen. Nigel wusste, dass wir sie als Unternehmen aufziehen mussten. Das ist nach britischem Recht erlaubt. Das haben wir getan. Nigel als der Kämpfer, das bekannte Gesicht und ich mit meiner Fähigkeit, schnell Entscheidungen zu treffen. Und so haben wir einfach losgelegt. Eine Entscheidung nach der anderen. Einfach so. Und weil wir nur zu zweit waren, war es sehr einfach. Tatsächlich gibt es viele kleine Unterstützer-Beiträge für die Brexit-Party. Unsere Recherchen zeigen aber, dass sie von den über 10 Millionen Pfund in den Schatten gestellt werden, die von reichen Unterstützern kommen. Tice und Farage rauben den konservativen Spender und Wähler. Nigel Farage gehört nicht zum System. Er stellt sich als jemand dar, der den Mächtigen die Wahrheit sagt, der die Premierminister zur Rechenschaft zieht. Seine Rolle ist, Druck auf die konservativen Führer auszuüben. Er droht, dass er ihnen Stimmen wegnehmen wird und sie ihm geben müssen, was er will. Die erst einen Monat alte Brexit-Partei fordert im EU-Wahlkampf die 180 Jahre alte konservative Partei heraus. Lustig, es hat funktioniert. Die Brexit-Party gewinnt fast 32 Prozent der Stimmen. Das ganze Establishment hier und dort war völlig fassungslos, weil bei denen allmählich der Kroschen fiel. Die Brexit-Partei GmbH zieht ins Brüsseler EU-Parlament ein. Ihr Ziel, die Sitzungen zu stören, als letzte Beleidigung der verhassten Institutionen. Ich bin ein Geschäftsmann, kein erfahrener Politiker. Und plötzlich waren wir die größte Einzelpartei im Europäischen Parlament. Und meine Güte, wir waren laut. Im Westen, in Europa, Amerika und anderswo, findet gerade eine historische Schlacht statt. Globalisierung gegen Populismus. Sie mögen Populismus verabscheuen, aber ich sage Ihnen etwas Lustiges. Er wird sehr populär. Sie werden uns vermissen, aber wir winken Ihnen zum Abschied. Dabei geht es der Brexit-Partei nicht um das EU-Parlament und um Brüssel. Sie versucht, in London Einfluss zu nehmen. Mit Erfolg. Viele konservative Wähler wechselten zur Brexit-Partei. Ich glaube, es gab ein Gefühl der Panik innerhalb der konservativen Partei. Eine Folge war, dass Theresa May am Tag nach der Europawahl wusste, dass sie erledigt war und ihren Rücktritt ankündigte. Vergessen Sie nie, dass Kompromiss kein Schimpfwort ist. Das Leben hängt von Kompromissen ab. Theresa Mays Zeit als Premierministerin ist vorbei. Und damit die Idee eines Soft-Brexit-Kompromisses endgültig vom Tisch. Man glaubte, dass nur eine Person im Stande sein würde, Nigel Farage davon abzuhalten, die konservative Partei zu überholen. Und das war Boris Johnson. Und das war Boris Johnson. Die Menschen waren nach drei Jahren Stillstand unter May so genervt, dass sie es endlich hinter sich bringen wollten. Das Motto Get Brexit Done war sehr stark. In gewisser Weise setzte man ganz auf Vereinfachung. Es ging darum, die Verbindungen zu diesem bösen Imperium zu kappen und in den Sonnenuntergang zu segeln. Das war die Symbolik. Viele der gemäßigten Konservativen müssen akzeptieren, dass ihre Partei sich im Brexit-Prozess erheblich verändert hat. Größtenteils aus Angst vor Nigel Farage ist die konservative Partei dazu übergegangen, wie Nigel Farage zu werden. Für einen harten Brexit, bereit, um jeden Preis auszutreten. Also habe ich deutlich gemacht, dass ich aus der Regierung austreten würde, weil ich glaube, dass die Folgen eines harten Brexits sehr schädlich sind und ich keine Rolle dabei spielen möchte. Als der neue Premierminister Boris Johnson sein Kabinett vorstellt, ist es voll von Hardlinern, die kompromisslos einen harten Brexit ansteuern. Der Sieg von Boris Johnson, seine Wahl zum Vorsitzenden der Konservativen und zum Premierminister, war wirklich der ultimative Sieg für die Finanziers der britischen Politik. Für die Leute, die das Brexit-Referendum finanziert hatten. Die Leute, die Pro-Brexit-Kampagnen nach dem Referendum unterstützt hatten. Die Leute, die Geld an anonym finanzierte Thinktanks geben. Für sie alle war Boris Johnson die Erfüllung ihrer Wünsche. Sie glauben, dass sie ihn manipulieren können. Guten Morgen allerseits. Es ist wunderbar, dieses neue Team hier versammelt zu sehen. Unsere Recherchen ergeben, dass es Johnson gelungen ist, abermals Rekordspenden von reichen Geldgebern einzuwerben. Er schafft es damit, einige der großzügigsten Unterstützer der Brexit-Partei wieder für die Konservativen zu gewinnen. Dazu gehören auch diesmal Anthony Bamford, der Inhaber von JCB. Und CTF Partners, die Firma, die ihn bereits bei früheren Kampagnen unterstützte. Mehr als ein Dutzend ehemaliger Mitarbeiter des Institute of Economic Affairs und anderer Hard-Brexit-Thinktanks werden als Berater in die Regierung geholt. Es ist Zeit, den Brexit zu vollziehen und dieses Land nach vorne zu bringen. Johnson's Regierung besiegelt den offiziellen Austritt aus der EU und verhandelt monatelang ein Handelsabkommen, das ab Januar 2021 gelten soll, wenn Großbritannien endgültig die Zollunion und den EU-Binnenmarkt verlässt. Auch unter dem Eindruck der Corona-Krise kommt in letzter Minute eine Einigung zustande. Der Deal sorgt in Brüssel für Erleichterung, auch wenn es ein schmaler Kompromiss ist. Der harte EU-Austritt wird Realität. Am 30. Dezember 2020 unterschreibt Boris Johnson das Abkommen. Leute, das ist es. Sie werden alle fragen, hat er es gelesen? Die Antwort ist ja. Natürlich gibt es nicht so etwas wie einen einfachen Brexit. Natürlich wird der Brexit die politische Debatte in Großbritannien für die nächsten zehn Jahre beherrschen. Am Ende steht immer noch dieses große Fragezeichen. Was bringt das alles, abgesehen von wirtschaftlichem Schaden und einer Menge Not und Armut? Wie wird Großbritannien nun die neue Freiheit nutzen? Nur eine Woche nach dem endgültigen EU-Austritt haben Hardliner bereits die Abschaffung von Umwelt-, Datenschutz- und Arbeitsrechtsgesetzen gefordert. Der Kampf um den Brexit geht weiter. Erst in den kommenden Jahren wird sich zeigen, wie sehr der Coup der reichen Eliten Großbritannien verändern wird. Wir verstehen oft nicht, wie der Missbrauch des Wahlsystems, der Missbrauch des politischen Systems und die Rolle des Lobbyismus in der Politik eine politische Landschaft verändern und verzerren können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017